Wir trauen sich jetzt vielleicht. Ich fahr so ein Zimmer vor. Die Kamera läuft ja schon. Es ist kalt. Also jetzt bleiben wir hier stehen und warten bis Ahron wieder oben ist. Ahron zeig es uns nochmal. Scheiße. Blöder Vattel. Hab ich mal den Arsch gekickt hier und der war ganz noch unten und rutscht. Irgendwas lustiges war grad hinten. Ich hör sie lachen. Wieso wird da oben gelacht? Wieso wird da oben gelacht? Aua Bild für Götter. Dab Dab Dab. Bumm. Hört sich an, es wird dein Hinterrad viel arbeiten. Hört sich an, es wird dein Hinterrad viel arbeiten. Ja. schreit nach Krippe im Hinterrad ich weiß nicht, ich fühl mich schon nicht wohl nee nee, sagt der Kopf der Kopf sagt nee scheiße uiuiui uiuiui uiuiuiui 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 uiuiui ne ah ja das war die stelle hier da brauchen wir ein bisschen mehr schwung ich bin auch überlegen was ich probieren soll an meiner heute definitiv handet ja komm dann lass es gut sein nehmen weg nicht den ehrgeiz in mir 175er puls halt deine fresse da unten es ist brems automatisch das kriegt das nicht aus dem kopf da hätte man sogar springen können vorher warm fahren definitiv warum willst du vor? ach ja? an den konnte ich mich gar nicht mehr erinnern was alter der ist so hart immer so jetzt sind wir alleine filmen wir noch interessante gespräche heute haben wir schon lange gemacht hier liegt schon einer wer liegt denn da? ganz froh sei dass wir die schulner noch von haben warum liegst dann du? ja dann lauf mal ein stückchen oh da ist ne matschpütze ah verdammt ach der ist gar nicht hinten dran jetzt wollte ich einen platz machen ich hab gedacht der ist schon hinten dran ach so ach so damit zu warm werden ich stehe scheiße mit dem rechten pedal ach ja da ist der drop die habe ich das letzte mal genauso genommen wie du ich habe mich gar nicht gehts? da der drop 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 ach alter sorry Keiner da! Weiter! Ich fang dich, Baby! Taxi! Taxi! Sexy Knie! Taxi! Nur ein Tod im Wald!